Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Börse live am Nachmittag. Wie immer um diese Zeit natürlich nicht allein, sondern mit einem Experten. Diesmal ist es Thomas Bergmann vom Anlegermagazin der Aktien. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Hallo, Herr Zink. Es gibt einiges an Zahlen abzuarbeiten. In der ersten und zweiten Reihe eröffnen die Unternehmen gerade reihenweise den Blick in ihre Bilanzen. Unter anderem Sky Deutschland sieht ganz freundlich aus. Mehr Umsatz, mehr Kunden und zumindest Vorzinsen, Steuerung und Abschreibung und auch mal wieder schwarze Zahlen. Unterm Strich hat es dafür noch nicht ganz so gereicht. Brian Sullivan hüllt sich da auch ein bisschen in Schweigen. Wie würde denn Ihre Prognose ausfallen? Da sieht man ja endlich mal richtige schwarze Zahlen. Also, okay, kommen wir mal zum Ausblick. Hier denke ich mal, dass es in diesem Jahr noch nicht ganz reichen wird, dass netto ein Gewinn erzielt wird. Aber ich denke mal, im neuen Geschäftsjahr, 15, 16, Sky Deutschland, das muss man dazu sagen, stellt das Geschäftsjahr um. Das beginnt jetzt am, oder läuft jetzt von Juli bis Juni und nicht mehr von Januar bis Dezember. Also in dem laufenden Geschäftsjahr, 14, 15, denke ich mal, wird es haarscharf werden mit einer schwarzen Null nachsteuern. 15, 16 sollte es aber dann doch soweit sein. Das Unternehmen, Sie haben es angesprochen, hat mehr Kunden gewonnen. 82.000 waren es, 75.000 hat man erwartet. In diesem, im laufenden Geschäftsjahr sollen es zwischen 400.000 und 450.000 sein. Dann wären wir bei so 4,2 Millionen. Das wäre schon mal eine Hausnummer, um eben dann auch nachsteuern, Gewinn zu erzielen. Ich muss selber jetzt mal schauen, der Umsatz war jetzt nicht ganz so stark bei Sky Deutschland jetzt in diesem zweiten Geschäftsquartal oder zweiten Quartal 2014. Da hat man die Erwartungen der Analysten nicht ganz schlagen können. Auch das EBITDA war ein bisschen schwächer als erwartet. Warum die Aktie jetzt nicht größer verliert, das liegt halt daran, wir wissen alle, es gibt ein bisschen Umbau im Mörderkonzern oder zwischen den Mörderkonzern. Sky Deutschland soll bei BSkyB unterkommen. Die haben für die, also die übernehmen 57 Prozent der Anteile an Sky von der anderen Mördergesellschaft 21st Entry Fox. Für die anderen 43 Prozent hat man ein Übernahmeangebot abgegeben von 6,75 Euro und das ist quasi der Puffer oder die Stütze für den Aktienkurs. Wenn ich die Analystenschätzungen anschaue, man rechnet hier mit oder man empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf mit Kursziel von 67. Ich glaube, dass Sky Deutschland unter dem Dach BSkyB durchaus mehr Potenzial hat oder wir beim Aktionär glauben das. Unser Kursziel ist mit 10 Euro schon sportlich, aber... Gehen wir gleich mal in die... Ach nee, Entschuldigung, zu schnell zu Schott. Kein Problem, aber die 10 Euro, denke ich mal, sind auf Sicht von ein, zwei Jahren durchaus möglich. Also endlich mal zweistellige Kurse bei Sky Deutschland. Hört sich ja schon mal ganz gut an. Genau. Wir haben ja auch viel abzuarbeiten, es gibt viele Zahlen, Lanxess unter anderem. Ja, Matthias Zachert hat ja tatsächlich ein etwas schweres Erbe übernommen. Die Zahlen, die wir jetzt gerade erlebt haben, die können wir Ihnen wahrscheinlich noch nicht ganz zuschreiben. Nein. Die sind, ja, sie sind okay, kann man sagen, aber es sind immer noch, ja, das Coucho-Geschäft ist immer noch so ein bisschen so ein Sorgenkind. Genau, also der Umsatz ist zurückgegangen um 6 Prozent auf rund 2 Milliarden. Das liegt an dem schwachen Coucho-Geschäft, also was halt für Autoreifen und solche Geschichten als ein Beispiel gebraucht wird. Auf der anderen Seite profitiert man mit Bauchemikalien und Landwirtschaftschemikalien, da zieht das Geschäft an. Man hat den Gewinn steigern können, also den Nettogewinn von 9 auf 55 Millionen Euro. Aber das sind noch keine Kennzahlen, die jetzt einen Matthias Zachert zufrieden stimmen. Es wird der Fokus auf den Umbau des Konzerns gelegt. Man will Anfang nächsten Jahres 14 Geschäftsbereiche zu 10 Bereichen zusammenlegen, um damit schlanker, wettbewerbsfähiger, effizienter zu sein. Die Reaktion auf die Zahlen war sehr positiv. Auch wir trauen dem Unternehmen mehr zu, als es im Moment den Anschein hat. Liegt natürlich auch an dem aktuellen Börsenumfeld. Leider ist die Aktie jetzt, hier waren wir kurzfristig unter der 46 Euro Marke, ist die ausgestoppt worden im Aktionär. Ich sage mal, technisch betrachtet sind wir noch im Abwärtstrend. Sehen wir hier sehr schön, dass der eben hier nach unten zeigt. Hier haben wir aber zwei Unterstützungen, wo wir davon ausgehen, die sollten eigentlich jetzt nicht unterschritten werden. Hier dürfte alles eingepreist sein. Also meine Empfehlung oder unsere Empfehlung hier in diesem Bereich, ein Abstauberlimit. Ein Abstauberlimit, alles klar. Und dann wäre der Abwärtstrend, Entschuldigung, ungefähr gebrochen, müssten schon mindestens so Kurse im Bereich von 50 Euro wieder drin sein. Also das, ja, da hast du es auf jeden Fall. Okay, alles klar. Freenet, Herr Bergmann, es geht hier Knallaufrei weiter. Freenet hat die Umsatzziele gekappt, die Zahlen waren jetzt auch nicht gerade so berauschend. Operativer Gewinn ist zwar vorhanden, Umsatz in diesem Quartal zurückgegangen. In diesem Jahr soll er komplett zurückgehen, nächstes Jahr ein bisschen stagnieren. Man hat sich eigentlich ein bisschen mehr vorgenommen. Ja, das war ursprünglich der Fall, aber die Zahlen kommen gut an. Es liegt auch daran, sie sprachen es an, der operative Gewinn wurde gesteigert. Und das war besser, als die Analysten erwartet haben. Man hat 87 Millionen Euro operativ verdient. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das war ein Wachstum und das hat den Unternehmen gefallen. Was noch hinzukommt, man hat die Prognosen für 2014 und 2015 bestätigt. Das heißt, das EBITDA, also der operative Gewinn, soll 2014 auf 365 Millionen Euro steigen, 2015 auf 370 Millionen. Und das beruhigt die Anlieger. Das ist gerade in solchen nervösen Zeiten, wie wir im Moment sehen, ist das schon balsam auf die Wunden. Und der Anlieger und der Investoren gibt Vertrauen zurück. 3Net ist ein Bekanntheitsdividendenwert. Und das nimmt doch die Sorge der Anleger, dass hier die Dividende gekürzt werden könnte. Also man geht davon aus, dass man hat in den letzten Jahren immer mal immer so um den einen Euro an Dividende ausgeschüttet. Und wenn man das so beibehalten kann, dann ist das natürlich ein sehr positives Zeichen. Eine hohe Dividendenrendite von über 5 Prozent. Was noch hinzukommt, oder was den Umsatzrückgang erklärt, dazu nur noch ein Wort. Man hat den margenschwachen Verkauf mit Handys gedrosselt, ist nur positiv für die Margen. Freeland hat ja ebenso wie Drillisch auch kein eigenes Netz. Und viele verfürchten auch, dass des beidigen Zusammenschluss von Autor und Eplus hier noch die Konkurrenzsituation noch verstärkter ausfallen könnte. Auf was muss ich denn da Freenet noch gefasst machen? Also so ins Detail kann ich jetzt hier nicht bei Freenet gehen, weil es jetzt, ja da steckt mehr Recherchearbeit dahinter ganz einfach. Freenet, ja das wurde ursprünglich als negativ angesehen, dass eben Drillisch hier jetzt einen Großteil der Kapazitäten bekommt und Drillisch nicht. Es belastet aber die meisten. Der einzige Profiteur war Drillisch und die anderen, also ob sich jetzt die Wettbewerbssituation dadurch erheblich verschlimmert, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und im Moment ist es auch noch nicht abzuschätzen. Dann kommen wir einfach zu einem ganz erfreulichen Thema und zwar Hannover Rück. Die haben einen Gewinnsprung hingelegt. Was lief denn da hier so besonders gut im letzten Quartal? Ja, es gab einfach weniger Großschäden, aber das Problem ist, wir sehen es hier am Aktienkurs, diese freudige Nachricht wurde vom Markt negativ aufgenommen. Es scheint auch derzeit in Mode zu sein, den 200-Tage-Trend zu brechen. Das macht nicht nur der DAX, das machen derzeit auch ganz schön viele Einzelwerte. Da haben Sie vollkommen recht, das ist der Fall. Ich sage mal so, der Gewinnsprung war leider nicht so hoch, wie eben die Analysten erwartet haben. Man hat 211 Millionen Euro verdient netto, 220 waren die Erwartungen und das belastet natürlich die Aktie und führt hier zu einem Verkaufssignal, ganz klar. Wobei ich jetzt sagen muss, Hannover Rück war sehr konservativ für das Jahresziel. Man erwartet weiterhin 850 Millionen Euro Gewinn. Man hat schon 444 Millionen, aber man ist zurückhaltend, weil jetzt die Hurrican-Saison in Amerika beginnt. Man hat hier ein Budget eingeplant von 650 Millionen Euro an Großschäden. Davon sind noch 565 Millionen übrig, also ein sehr ordentlicher Puffer. Aber man kann heutzutage ja überhaupt nicht mehr abschätzen, wie stark solche Hurricanes, solche Wirbelstürme ausfallen. Also deswegen denke ich mal, finde ich diesen Kursabschlag etwas übertrieben. Hannover Rück ist auch einer dieser Dividendenwerte, also deswegen auch immer sehr gefragt. Und ich denke mal, wenn wir hier in diesem Bereich doch noch fallen sollten. Also knapp unter 60 Euro. Knapp unter 60 Euro, da sind wir im Bereich von 58. Dann kann man durchaus mal eine erste Position aufbauen. Also wie schon gesagt, Hannover Rück, stabile Gewinne, stabile Dividendenausschüttungen. Jetzt muss nur noch der Chart mitspielen. Vielleicht sieht das bei der Norma Group ein bisschen besser aus, hier hat man ja Rekordzahlen verzeichnet zuletzt. Auch hier die Frage, was hat man richtig gemacht? Man hat doch was richtig gemacht, aber wir sehen hier auch wieder den Klassiker. 200-Tage-Linie gebrochen. Auch hier hatten wir Umsatz plus 7%, EBITDA plus 9% auf 30 Millionen. Die EBITDA-Rendite lag bei 17,4% und damit über der Zielspanne von 17%. Aber wie bei Hannover Rück, die Erwartungen waren einfach etwas höher, als man jetzt hier eben erzielt hat. Vielleicht ein Wort, was man immer macht. Die machen Verbindungstechniken, also Schellen, die man an Schläuchen kennt. Die werden in Motoren, was weiß ich, wo angebracht, Verbindungsstücke für Schläuche. Also das sind eigentlich Sachen, wo man jetzt gar nicht so in den Wachstumsmarkt vermutet. Aber hier ist man eben einer der weltweit führenden Anbieter. Ich wollte das jetzt nur mal sagen, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was vielleicht Norma dann auch macht. Ja, man hat die Prognosen bestätigt, auch für das laufende Jahr, aber der Chart sagt uns einfach was anderes. Und hier muss man wirklich sagen, schaut nicht besonders glücklich aus. Wir bewegen uns jetzt, oder haben hier ein Verkaufssignal generiert. Jetzt haben wir hier nochmal eine Unterstützung. Hier knapp unter der 35-Euro-Marke. Also wenn das auch nicht hält, muss man sich darauf einstellen, dass die 30-Euro-Marke durchaus getestet wird. Das liegt natürlich auch daran, Norma Group ist jetzt nicht mehr ganz so günstig bewährt. Also das KGV liegt deutlich über 15. Wird eben einfach im Moment solche, wenn die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden, eben dann kommt die Strafe auf den Fuß. Umgekehrt natürlich das Szenario, wenn man über 40 Euro könnte man jetzt sagen, würde sich die Lage entspannen, oder? Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank, Herr Bergmann, dass Sie uns hier ein kleines Update über die Zahlensaison hier geliefert haben. Und ich bin mir sicher, wir haben noch viel zu tun und sehen uns dann auch bald wieder. Mit Sicherheit. Ja, Ihnen liebe Zuschauer, danke fürs Zuschalten. Und ja, schalten Sie nicht ab, hier geht es natürlich gleich nahtlos weiter.